Vielleicht auf das andere Hause? Glaube ich irgendwie auch nicht. Können wir sonst irgendwo hinschießen? Ne. Können wir einfach runter gehen. Jetzt muss das wieder kleinlich sein. Ein Hebelchen. Keep coming! Gute, nur noch zurückkommen. Äh... Noch mal runter? Äh... Ne. Ah! Nein, nein, nein! Ja! Puh! Äh... Da ist noch mal ein Ding zu gehen. Will ich auch, will ich auch, will ich auch... Dahinter, da ist auch schon ein Teil, dass man runter geht. Ah! Oh, es geht ja ziemlich schnell auf und runter. Äh... Ja. Sind wir jetzt schon wieder oben, oder möchte ich nochmal? Wir möchten nochmal machen. Ach komm, ich mach die ganze Scheiß hier nochmal, oder was? Ne, 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 ne. Wir sind ja nicht... Ah, jetzt hoch. Sondern wir sind wirklich hoch. Ja. Das war so einfach, weil wir so hochgekommen. Das, wenn ich gewusst hätte. Äh... Ah, ah! Weil, ah! Okay. So. Also manchmal ist es einfacher zu sterben, um irgendwo hinzukommen, wo man hin will. Ja, es lehrt uns das Spiel. Ist ja auch nicht wieder irgendwas. Und hier... Industrie heißt Fortschritt. Das kennen wir doch schon. Oh, eine Grenze kurz hin! Oh, danke, ich hielt wahrscheinlich eh wie tätig. Ups. Kannst du dort schon? Och, nein. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ewie fehle den noch? Was auch, da oben ist ja auch noch eins drin. Magst eher auch gefützig. Naja. So, wie fühlt sich jetzt da runter? Ich glaube eigentlich fast gar nicht. Oh ne, oder? Was sagt der Ding denn hier in der Lampe? Ich hab sogar gedacht. Das wär scheiße. Der ist vor allem scheiß heiß. L.T. Ah, gut zu wissen. Wow, da wirst du mich verarschen. Das war ja mal gut. So, den Schmarrn hier haben wir auch. Oh, komm da aber runter. Boah, wir sind das nächste. Oh, wie scheiße. Okay, komm, warte mal bitte. Töte, bitte. Erst das. Dann direkt danach. Das war knapp. Ja. Hä? Hä? Äh, das war die los. Hat der erst ins Joghurt festgestellt, dass er hier getroffen wurde? Ja, ja, ich glaube auch. Alles meins, alles meins. Okay, das Ventil müssen wir anscheinend verlegen. Die Animation ist schlimm. Ah, jetzt passiert was wie Schneegrubel. Ja, voll schön. Das macht dir sogar Sinn irgendwie. Ach du Scheiße. Ist alles eingefroren? Haben wir jetzt noch die ganze Anzahl, die ganze Zeit? Oh, da oben ist wieder so. Ach, komm ey. Abgefahren kennst du dich. Ja, ich will aber eigentlich... Ich weiß nicht, warum. Ach, lass mal so. Ich weiß nicht, was geht denn jetzt an? Das wäre was. Wow. Ja, das wäre was. Jetzt, wo man fliegt. Ich würde gerne einfach den Scheiß, die da oben drücken. Jaaa So, jetzt haben wir den Zahn Sehr schön Alter, das ging ja geil Einfach zu höhere, wir haben dafür kaum Leben mehr Ja, aber wir abgefahren Dann ist eine Erinnerung Kommen wir da hin? Guck mal nach unten, ich glaub da unten Du kannst ja hochfliegen damit Oh, der Worte Gibt's irgendwas? Ich spree Komm mal Jungen Alter, was ist denn alles hier? Ja Aufgeschmolzen ist Hat schon durchaus lange dauert Überhaupt nicht so schnell zusammengefroren ist Okay Okay, hallo Wo kommen die denn her? Wir hatten da alles Oh, da ist eine Schweinennase Da war eine Schweinennase Weißt du? Ja, Mann Ah Schweinchen Moins Moins Oh, jetzt hab ich nicht ganz geschafft Oh, jetzt hab ich nicht ganz geschafft Ach komm Ach komm, kommen es wieder Hunderttausende Viecher Dafür hast du ne goldene Flasche, du Kann man das nicht machen Weiß nicht, vielleicht Da steht eins drauf auf dem Brennen Äh Huiiii So kommen wir da nicht hin Hm Warte Worte Wovon da? Ist man da, komm wir hin? Ja, komm wir wirklich hin Bin ich gedacht Alles, verdammt nicht Dunkelheit und Kälte Wenn du nachts in der Bibliothek bist Was sagt denn sowas, bitteschön Was ist denn los mit den Leuten? Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Oh, wir haben schon 10 vor der Mitternacht Ja, ich bin immer noch ein bisschen drin Ja, oder wir machen hier Ende, weil wir grad einen Übergang hatten Okay Okay, dann schau Leute, bis zum nächsten Mal Bis dann, tschüss